Wolfgang Kohlbein, Die Töchter des Drachen Erleben muss, wie ihr ganzes Dorf niederbrennt. Die Kleine ist die einzige Überlebende und trifft auf eine Fremde, die ihr eine unglaubliche Geschichte erzählt. Und um diese Geschichte geht es in diesem Buch. Sie handeln von Taliana, kurz Tali genannt, der das gleiche Schicksal widerfahren ist. Auch ihr Dorf wurde niedergebrannt, ihre ganze Familie ausgelöscht. Und seitdem sind sie auf Rache. Sie möchte die Töchter des Drachen finden und diese vernichten. Ja. Und der Weg ist lang, gefährlich, aber Tali ist stur, kämpferisch, sie kann gut mit Schmeld und Deutsch umgehen und sie weiß, was sie will. Auf dem Weg dorthin hat sie viele Verbündete. Okay, mehr oder weniger. Manche zwingt sie auch dazu, ihr zu helfen. Denn sie will unbedingt ihr Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wirklich, der Kampfgeist in ihr ist geweckt. Seit inzwischen 15 Jahren sind sie auf Rache und will diese Töchter des Drachen finden. Da, wo sie herkommen? Nein. Da, wo sie leben. Ja. Und ihr größter Verbündeter ist sicherlich Horn. Ein Vager. Man kann ihn sich vorstellen als eine überdimensionale große Schildkröte. Gut. Und dieser Horn redet sehr seltsam, was man im Buch auch merkt. Ich habe mal an der Stelle heraus so einen Satz, um zu verdeutlichen, wie dieser Horn spricht. Überlasst sie mir. Ihr werdet erfahren, was ihr wissen wollt. Es ist immer so ein bisschen langgezogen und das S halt auch sehr lang. Aber mancher muss bei euch überlegen, was ist wieder jetzt? Aber das klappt schon. Ja. Und wie gesagt, im zweiten Teil geht es danach weiter. Ich möchte jetzt halt nicht zu viel verraten. Ich bin ja auch noch gerade beim Lesen, beim zweiten Teil. Aber es... Töchter des Drachen ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch. Ich habe, okay, zugegeben, bestimmt dreimal angefangen, dieses Buch zu lesen. Habe es dann wieder weggelegt, habe dann wieder angefangen zu lesen. Ich habe manchmal wieder von vorne begonnen, weil ich noch nicht so weit war oder nicht mehr wusste, worum es ging. Auch als ich jetzt weiter gelesen hatte, wusste ich nicht mehr wirklich. Am Anfang musste ich noch mal kurz nachlesen. Ah, okay, alles klar. Oder man erfährt es im Buch noch einmal, was gewesen ist. Ja, aber es ist gut. Es ist ein Fantasy-Roman, ist klar. Und... ja... man kann... also wer Fantasy liebt, der wird auch dieses Buch lieben. Okay, bei Hohlbein ist ja immer so eine Sache, wie ich schon in meiner anderen Rezension von Wolfgang und Heiko Hohlbein, 13, erwähnt habe. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Es ist einfach so. Und ich kann mal den Klappentext, der relativ kurz ist, weil es sind ja zwei. Also es ist der eine und es ist der andere. Für beide Geschichten. Aber ich lese mal die Töchter des Drachen vor. Die Welt der 10-jährigen Talianer ist... noch mal. In der Welt der 10-jährigen Talianer ist jede Technik verboten. Als ihre Familie gegen dieses Gesetz verstößt, beginnt für Talianer ein unglaubliches Abenteuer. Ja, sie haben halt Stahl hergestellt. Sie kommt aus dem Dorf Stahlheim... Stahl... Dorf? Stahlheim? Irgendwas mit Stahl. Stahlstadt? Nein, Stadt war es nicht. Und jedenfalls haben sie Stahl hergestellt. Und das ist in diesem Land, auf dieser Welt, verboten. Allgemein, alles, was mit Technik zu tun ist, ist verboten. Deswegen haben auch die Töchter des Drachen dieses Dorf komplett vernichtet. Bloß auf Talianer halt, die es überlebt hat. Ja, und zum Schluss erfährt man in diesem ersten Teil auch, warum das so ist. Aber um das zu verraten, wäre es ja zu viel. Deswegen lasse ich es, aber es ist ein sehr überraschendes Ende. Also man erfährt wirklich warum, was der Hintergrund des Ganzen ist. Warum darf man keine Technik haben? Warum sind Maschinen zerpönt? Wer das wissen will, sollte dieses Buch lesen. Gut. Ja, das war es dann auch schon. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Da. Bye. Dan. Luis.